Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin und auch heute zaubern wir euch wieder das AIDA-Gefühl mitten ins Wohnzimmer. Best of Ausflüge und Destinationen, danach einen musikalischen Gruß von der Stella und zuletzt kocht Sascha Quast mit uns. Und jetzt bringen wir euch das AIDA-Gefühl direkt ins Wohnzimmer mit den schönsten Bildern von Ausflügen und Destinationen. Das ist so ein bisschen wie in einem Fotoalbum blättern. Viel Spaß! Wir sind schon gespannt. Und zwar erforschen wir die zwei Juwelen des Indischen Ozeans. Benvenuti aus Venedig. Und herzlich willkommen auf Antigua. Und da haben wir einen neuen gemeinsamen Freund gefunden. Mein Herz klopft mehr als normal. Toll. Schön. Wird das Fern wie immer größer, bis es nicht zu halten ist. Lass dich von Gefühlen leiten. Ich finde es total beeindruckend. Ich habe noch nie Chameleons in freier Wildbahn gesehen. Willst du die schönsten Orte sehen? Sand ins Glück. Unser Eindruck von Martinique ist wunderbar. Wir stehen am berühmten Miami Beach. Wir freuen uns, dass wir heute hoffentlich ganz viele Wale sehen. AIDA wird auch gleich sein, über die Brooklyn Bridge zu fahren. In der Stadt St. Petersburg, Sie können viele verschiedene wunderschöne architektonische Werke schaueln. Wir gehen los ins Abenteuer. AIDA wird auch von der Sonne hinterher. Viele Orte, viele Wunder zu sehen. So viel ist das, wir mit nach Hause nehmen. Wir legen ab auf große Reise. Vergessen die Sorgen, Stück für Stück. Die Welt hinter uns wird immer kleiner. Volle Fahrt, Richtung Horizont ins Glück. Und so schnell sind wir in Danzig angekauft. Das war großartig. Wir haben alle gesehen. Gut, dass wir es mitgemacht haben. Richtung Horizont ins Glück. Oho, oho. Mit AIDA Richtung Glück. Besonders in diesen Tagen vermissen wir ja die, die wir gerade nicht sehen können. Und da haben sich die Kollegen von der Stella gedacht, sie grüßen sie mit einem Lied, mit einem wunderschönen Lied von den Kanaren. Bitteschön. Oho, oho, oho. Oho, 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 oho. 이면 nicht DAY も Das war «Being Dust» Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Letztes Mal hatte einer von euch ja unten drunter die Frage, wie man wohl unser leckeres Tartar macht. Da habe ich gleich das Rezept unten drunter gepostet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Und weil wir gerade beim Essen sind, Sascha Quast, unser Chef der Cuisine, hat mal das Risotto zubereitet. Genau wie bei uns an Bord und ist wirklich unglaublich lecker. Guck mal. Moin Moin, mein Name ist Sascha Quast, ich bin Chef der Cuisine an Bord der Edabella. Und ich zeige Ihnen jetzt, wie man ein schönes, leckeres und cooles Risotto macht. Auf geht's. Als Zutaten benötigen wir dazu Risotto-Reis, frisch griebenden Parmesan, Schalotten, Lorbeerblätter, dann ein bisschen Butter, später, um es abzuschmecken, Thymian, Brühe, Olivenöl und einen schönen Weißwein. Schalotten in feine Würfel schneiden. Ganz wichtig dabei ist immer, man muss ja mal hingucken bei dem, was man macht, dann schneidet man sich in die Finger. Als erstes Olivenöl leicht erhitzen, vorsichtig sein. Öl hat einen sehr niedrigen Rauchgrund, heißt es verbrennt sehr, sehr schnell. Danach die Schalotten zugeben und glasig anschwitzen das Ganze. Den Risotto-Reis mit in den Topf reingeben und das Ganze auch kurz glasig mit anschwitzen. Das Ganze mit ein bisschen Weißwein ablöschen. Und ein bisschen einköcheln lassen, das Ganze. Jetzt geben wir nach und nach Brühe dazu, die von den Stärkekörnern dann aufgenommen wird. Und dann ist das Ganze ein bisschen quellen, dauert circa so 20 bis 25 Minuten. Und dann geht's weiter. Und wichtig ist immer rühren, vor allem, dass es nicht anbrennt. Ins Risotto geben wir noch ein bisschen Lorbeer und Thymian rein, um einfach ein bisschen Geschmack zu bekommen. Das lassen wir mit der Flüssigkeit zusammen ein bisschen auskochen. Und dann später nehmen wir es aber wieder raus. Der Reis nimmt jetzt nach und nach die Brühe jetzt auf. Dadurch wird das richtig schön kompakt, das Ganze. Das darf auf dem Teller auch ruhig mal so ein bisschen hin und her fließen später dann auch. Der Lorbeer, den nehmen wir jetzt schon wieder raus. Den brauchen wir nicht mehr. Den Thymian lassen wir noch ein kleines bisschen länger drinnen. Den Thymian nehmen wir auch raus. Dann kommt ein ganz kleines bisschen Butter dazu. Das macht das Ganze ein bisschen cremiger auch. Und Butter gibt auch Geschmack. Also soll auch lecker schmecken, die ganze Geschichte. Und dann kommt zur Bindung frisch geriebener Parmesan mit rein. Beim Abschmecken mit Salz und Pfeffer müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Weil dadurch, dass Parmesan ein sehr, sehr langgereifter Käse ist, hat er einen großen Salzanteil auch mit drin. Das heißt, wenn wir jetzt Salz gleich noch dazu geben, lieber ein bisschen weniger und dann ab und zu mal ein bisschen abschmecken, dann hat man auf jeden Fall das Ganze nicht versalzen. Jetzt mal ein bisschen Pfeffer und wie gesagt, ein ganz kleines bisschen Salz erst mal und probieren. Okay, auf geht's zum Anrichten. Risotto ist generell auch eine Beilage, die man zum Fisch sehr, sehr gut dazu bereichen kann, auch zu Geflügel. Aber es ist auch ein richtiges Pasta-Gericht. Und es ist meines Erachtens damit eins der genialsten Pasta-Gerichte eigentlich, die es gibt. Obendrauf kommt noch ein ganz kleines bisschen Parmesan und noch ein Tropf Olivenöl obendrauf. Fertig. So einfach das Kochen. Geil. Wusste doch eure Rezepte auch einfach mal, wenn ihr das Risotto nachgekocht habt. Würde mich drüber freuen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Schöne Grüße von der Bella. Und zum Schluss, wie immer, die wunderbarste Musik von Bord mit den schönsten Bildern von unseren Reisen. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt gesund. 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 Und dann schöne euch egal. Ich wünsche euch viel Spaß und bleibt gesund. Untertitelung des ZDF, 2020